Dann können wir überlegen, ob wir das jetzt gleich weitermachen. Wir können hier eigentlich noch ein paar... Uah! Aua! Also Monster gibt es hier auf jeden Fall auch. Das war jetzt ein bisschen überraschend. So, zwei, drei. Hopp, hopp, hopp. Das ist immer... Uah! Dann sind wir hier oben. Wir regenerieren auch gerade, das ist gut. Und dann müsste man ja später da langen, aber das würden wir dann mal vielleicht anders realisieren. Das schauen wir aber mal genau nachher, wie wir das machen. Was ich jetzt auf jeden Fall machen wollen würde, wäre, ich würde jetzt ganz gerne heruntergehen und eben das anstreben, was ich vorhatte, nämlich hier einfach weitermachen. So, ich würde ganz gerne auch auf dieser Dreier-Ebene oder Dreier-Schiene bleiben. So. Genau. Gut, dann brauche ich aber hier erstmal ein neues Licht. Dann sehen wir nämlich auch schon gleich, warum ich das machen will, ist die Frage, die ich gerne beantworte. Ähm, ich will das natürlich machen, weil ich mir dadurch verspreche, dass wir da in tiefe Gefilde kommen und dann natürlich Rohstoffe erheimsen oder erheischen. Weil ich jetzt halt natürlich auch nur ein Schwert habe, also das ist dann nicht unbedingt ganz so geschickt. So, das wäre du, 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 du. So, und da ist jetzt die Frage, komme ich da überhaupt raus, wenn ich hier eine Treppe reinsetze? Ehrlich, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass ich vielleicht sogar Dreier machen muss. So, wir machen das mal. Eins, zwei, drei. Ja, genau. Okay, hier noch einen und da noch einen, zack, und weiter geht's. So, dann sind wir bei fünf. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay, hier haben wir auch keine mehr. Gut. Also, bauen wir hier nochmal hin. Kommen wir da wieder raus. Ja, tun wir. Okay. Aha, komme ich da, nein, da komme ich nicht raus. Aber hier komme ich raus. Das heißt, ich muss hier wirklich sagen, es sind drei. Und vielleicht wäre es für sinnvolle Laufen vier sogar angenehmer. So, dann sollte man hier auf jeden Fall nochmal eine Lampe hinstellen. Also, da einen, da einen, da einen. Dann haben wir dich. Also, dich und dich. Und nach oben haben wir Platz. Dann will ich dich natürlich mitnehmen. Und dich, ist ja klar. Da ist noch in Ordnung. So, kann ich dich noch wegmachen, dich noch wegmachen, dich noch wegmachen und so weiter und so fort. Also, ich denke, ihr habt die Idee verstanden. Dann, ausbreiten können wir es ja später im Prinzip. Also, da ist noch genug Platz. Zack, 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 ein runter. Okay, hier ist es gerade noch zu hoch. Okay, also. Da ist aktuell. Das heißt, der muss weg. Kann ich hier rein. Der, der und der. Ein runter. Der, der und der. Ein runter. Der, der und der. Ja, ich mache es gerade falsch. Okay, also hier ist Treppe, Stufe, 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 Stufe. Da ist ein runter. So. So will ich das haben, genau. Dich, dich, dich und dich. Und dann hätte ich gerne hier eine Fackel. Ein rein. Zwei. Dich, dich und dich. Runter. Dich, dich und dich. Runter. Dich, dich. Ja, von mir aus auch so. Du, 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 du. Du und du. Da hätten wir Kohle. Dich, dich und dich. So. Dann würde ich gerne mal das mit den Treppen probieren. Fünf. Ah. Uh. Seht ihr das da oben? Da ist irgendein lustiges Monster. Wo ich nicht weiß, ob ich den nachher packe. So. Ist die Frage, ob sich da der Zukunftsbehne drum kümmern soll. Okay, wer auch immer das jetzt war. Es war skurril genug. Guck. Und. Es knuschpelt weiter. Also es gibt hier noch mehr. Ich muss mal im Inventar gucken. Habe ich irgendwas besonderes jetzt eingesammelt? Ich habe relativ viel Flint. Was ist das? Blueberries. Ansonsten. Habe ich eigentlich nichts. Wir könnten das mit dem Portal probieren. So. Dann würde ich ganz gerne mal zu sechs sagen. Genau. Also Hochkomma. Dich raus, dich raus, dich raus, dich raus, dich raus, dich raus, dich raus. gut dann setzen wir hier noch eine lampe hin dann sehen wir hier nämlich noch mehr kohle und da noch kohle da noch kohle da noch kohle 1 2 3 und runter 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 und vielleicht sollte hier wieder eine fackel hinsetzen 1 2 3 und runter 1 2 3 und runter so die frage das reicht oder müsste 1 2 3 und runter 1 2 3 und runter so dann müssen wir hier nochmal eine fackel hinsetzen so mein ding ist gleich kaputt so den machen wir ja gleich dann ist hier nochmal 4 ist hier wieder fackel also 1 runter 1 rein und so so wie gesagt ich habe jetzt gerade einfach total bock irgendwie auf die unterwelten entdecken was auch immer mich da erwartet ich bin einfach gerade neugierig und natürlich geil auf andere ressourcen insbesondere so eine mies axt wäre schon cool also so eine mies spitzhacke auf der anderen seite wie gesagt wenn man genug steine zum weg kloppen hat dann bringt die einem eigentlich auch nicht so viel so was gibt es da oben da ist momentan noch alles in ordnung so dann können wir hier mal sagen gehen hier mal einen runter na toll ja da gehe ich ja eh doch noch wenn ich von oben wieder runter kommen will zack 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 so warum mache ich denn spaß weil ich natürlich natürlich joo weil ich natürlich immer weiterlaufen möchte ja das klingt nicht ganz so gut so ja genau das wollte ich erreichen ja genau das wollte ich ja erreichen ja genau das wollte ich ja erreichen